Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern bin ich um 18.30 Uhr beim Pony-Championat gestartet. Wie bei dem Championat am Morgen bin ich wieder nicht mit meiner normalen Championatskleidung angetreten, sondern mit der Anfängerausrüstung. Viel Spaß beim Anschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.